Matanasana ist eine Sitzhaltung mit gekreuzten Oberschenkeln, auch genannt Gomukasana, Kuhmaulstellung. Ausgangsposition ist der Langsitz, wie es Annika gerade zeigt. Dann beuge deine Beine und bringe den rechten Oberschenkel über den linken Oberschenkel oder umgekehrt. Gib dabei die Fersen an die Seite des Gesäßes und lass die Zehen nach außen zeigen. Dann gib beide Hände auf ein Knie und schließe die Augen oder schaue zur Nasenspitze. Matanasana ist eine schöne Übung, um Hüftkreuzbeingelenke sanft zu dehnen. Kann eine Übung sein für die Meditation oder auch eine Stellung sein, wenn du lange meditieren willst und die kreuzbeinigen Stellungen gerade nicht mehr so lange haltbar sind.